Am Mittwochvormittag wurde auf der Hohentwil in Haart eine Pressekonferenz zum Saisonstart 2011 abgehalten. Voll live hat nachgefragt, welche Highlights die Gäste in diesem Jahr erwarten. Also es erwartet sich neben den Hohentwil-Klassikern, Festspielfahrten, Gourmetfahrten, Landfahrten, durch einige neue Highlights wie ein spezielles Arrangement mit der Insel Mainau, ein spezielles Arrangement mit dem neuen Seehotel am Kaiserstrand. Es erwartet sich vollkommen neue kulinarische Genüsse. Diesbezüglich kann ich leider noch nicht vorweggreifen. Das ist ein Part, den ich gerne meinen Hohenbelast. Aber es gibt doch einige Neuerungen, einige interessante, spannende Geschichten, die wir in diesem Jahr aufwarten und unsere Gäste in diesem Fall positiv überraschen.